PAMACHON Herzlich Willkommen in der Kampfkunstschule PAMACHON. PAMACHON ist ein altgriechischer Begriff und bedeutet universelle Kampfkunst. Das heißt, wir bieten ein sehr umfangreiches Training an. Jedes Training beginnt mit einem speziellen Workout. Dabei fördern wir Kraft, Kondition und Beweglichkeit. Zudem stärkt das Workout die körpereigenen Energien. Wir üben uns in allen Formen des unbewaffneten Kampfes. Dazu gehören nicht nur Würfe, sondern auch Dritte, Schläge, Würgegriffe und die Abwehr von bewaffneten Angriffen. Dies macht PAMACHON zur perfekten Selbstverteidigung. Zu einer wahren Kampfkunst gehört auch ein inneres Training. Meditation und Entspannungstechniken sind fester Bestandteil des Trainings. Sie stärken das innere Gleichgewicht. Frauen und Männer zwischen 20 und 60, die einerseits dynamische und effektive Kampftechniken trainieren und andererseits meditative Elemente erlernen wollen, finden im PAMACHON das ideale Training. Der Einstieg ist jederzeit möglich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017